So Leute, Altcoins haben nach dem großen Dip am Montag erst einmal eine kleine Verschnauzpause eingelegt, was aber vollkommen normal ist. Solche Dips passieren immer wieder während des Bullenmarktes. Danach sehen wir dann einen großen Bounce, was jetzt gerade schon passiert ist und dann kommt normalerweise eine Konsolidierung, also exakt das, was wir gerade sehen können. Jetzt dürft ihr natürlich nicht vergessen, dass ihr immer selbst recherchieren müsst, aber wenn ihr der Meinung seid, dass der Zyklus noch nicht vorbei ist, dann könnten Momente wie jetzt einige der besten Gelegenheiten bieten, um am Markt einzusteigen, weil es meistens ziemlich schwer ist, in irgendeinen dieser Coins einzusteigen, solange die nonstop am Pumpen sind, also genau das, was die die letzten Wochen gemacht haben. Ich habe euch auf Twitter also gefragt, was für Coins ich mir einmal genauer anschauen soll und ein Video darüber machen soll und genau deshalb werden wir uns heute mal einige dieser Coins anschauen und auch einige, die ich selber einsteigen werde. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Also, dann würde ich sagen, wir starten mit dem World Mobile und ihrem WNTX-Token. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass sie sich darauf konzentrieren, etwas aufzubauen, von dem jeder auf der ganzen Welt profitieren kann und das ist eine dezentrale Netzwerkinfrastruktur der nächsten Generationen. Wie sie hier betonen, gibt es immer noch ungefähr 3 Milliarden Menschen ohne Zugang zu mobilen Netzwerken und selbst in den Ländern wie in den USA leben immer noch 10 Millionen Menschen ohne zuverlässigen Internetzugang. Der Grund dafür ist jetzt, dass die bestehenden Netze, die alten Anbieter, wie man sie nennen könnte, Schwierigkeiten haben zu expandieren und die wachsende Nachfrage nach Konnektivität auf der ganzen Welt zu befriedigen. Und wenn wir jetzt mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Internetzugang ist etwas, das wir heute alle für selbstverständlich ansehen, das ist aber wirklich eine lebensverändernde Sache. Da World Mobile sein Netzwerk immer weiter ausbaut und Konnektivität auf der ganzen Welt anbietet, ist das etwas, das offensichtlich eine große Nachfrage hat, vor allem an Orten, an denen die alten Anbieter keine zuverlässigen Services anbieten können. Gleichzeitig am Zentrum des Ökosystems von World Mobile steht der WMTX-Token, der die Wirtschaft der Staker und Knotenbetreiber antreibt. Sie machen die Akzeptanz des Netzwerks auch ziemlich einfach, indem sie Zahlung für Anrufe, Textnachrichten und Datennutzung in der lokalen Währung jedes Nutzern erhebt und diese Einnahmen werden dann dazu verwendet, um WMTX-Token auf den offenen Markt zu kaufen, um eben Betreiber und Staker zu belohnen. Und ein wichtiger Faktor dabei ist, dass sie sich eben nicht nur auf die Inflation des Tokenangebots verlassen, eine Belohnung auszuzahlen. Das Ding ist nämlich, das Gesamtangebot, das ist fix. Das bedeutet, mit dem Wachstum des Netzwerks und der steigenden Nachfrage steigt der Druck auf den Token selbst durch die Käufe mit den generierten Einnahmen. Insgesamt denke ich, dass der World Mobile Token echt super viel Potenzial hat und aus Gründen der Transparenz muss ich nochmal dazu sagen, dass ich den Coin auch selber halte und ich werde euch natürlich weiterhin über die Fortschritte des Projektes auf dem Laufenden halten. Als nächstes haben wir jetzt ROSE, den nativen Coin von OASIS, ein Protokoll, das sich auf Datenschutzlösungen für Rep3 und AI konzentriert. Wie die meisten von euch wissen, sind die meisten Blockchains öffentlich. Das bedeutet, jeder kann sehen, was andere darauf machen, ob es jetzt Mean-Coin-Trading ist, Farming, NFTs-Münden oder irgendetwas anderes. Während diese Transparenz natürlich eine Menge Vorteile mit sich bringt, gibt es einige wichtige Anwendungsfälle, bei denen die Privatsphäre für Massenaktivität von Krypto unerlässlich ist. Und hier kommt OASIS ins Spiel mit drei Hauptlösungen. Sapphire, die OASIS-Datenschutzschicht und Runtime-Off-Chain-Logic. Ich würde sagen, wir starten mit Sapphire. Das ist nämlich die erste vertrauliche EVM der Welt und der Ort, wo native OASIS-Dabs aufgesetzt werden. Als nächstes ermöglicht die OASIS-Datenschutzschicht, allen bestehenden Projekten auf der EVM-kompatiblen Chain anpassbare und optionale Datenschutzfunktionen zu integrieren, ohne die Benutzererfahrung zu verändern. Zu guter Letzt, Runtime-Off-Chain-Logic befindet sich momentan in Beta, wobei eine vollständige öffentliche Einführung in den kommenden Monaten erwartet wird. Dieses Tool wurde entwickelt, um den Datenschutzanforderungen im Bereich der KI gerecht zu werden, mit dem Ziel, neue Anwendungsfälle und Funktionen in diesem Sektor zu erschließen. Insgesamt öffnen diese Produkte die Tür für alle Arten von Anwendungen, die entwickelt werden können, und sogar für neue Funktionen, die zu bestehenden Protokollen hinzugefügt werden können, indem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes ausgeräumt werden. Ein aktuelles Beispiel für die Innovation von Oasis ist Blockvote, eine Plattform, die es den Benutzern ermöglicht, private Umfragen und Abstimmungssysteme zu erstellen. Die wurden mit Blick auf DAOS entwickelt und bietet eine Möglichkeit, Voreingenommenheit oder externe Einflüsse aus der Verwaltung auszuschließen. Und als zusätzlicher Bonus ist das Ganze auch noch kostenlos. Wenn wir uns jetzt mal den All-Time-Chart für ROSE anschauen, können wir sehen, in den letzten Bullenmarkt ist das richtig gut gelaufen und auch jetzt fängt es wieder an. Nur, dass die Technologie jetzt noch besser ist und für viel breitere Palette von Anwendungsfällen verwendet werden kann. Das ist ein Projekt, das ich auch selber halte und auf das ich echt super gespannt bin auf den letzten Run-Dispullen-Marktes und wie sich dann dieses Projekt entwickeln wird. Als nächstes haben wir jetzt auch noch KIP, ein Projekt, das sozusagen als Base Layer für KI in Web3 ist. Und die haben gerade erst Anfang dieser Woche einen nativen Token eingeführt. Dieses Projekt ist jetzt nicht nur deshalb interessant, weil es im KI-Sektor angesiedelt ist, der sich ja extrem gut entwickelt hat, sondern auch wegen des großen Erfolgs, den es bereits erzielt hat. Im Grunde genommen haben sie eine Basis-Layer-Infrastruktur für alle KI-Beteiligten geschaffen. Also von App-Entwicklern über die Ersteller von KI-Modellen bis hin zu den Nutzern und Eigentümern von Daten. Das bedeutet, dass AI-Assets eingesetzt, genutzt und vermarktet werden können, ohne dass jedes Projekt seine eigene Infrastruktur vom Grund auf neu aufbauen muss. Das spart jetzt nicht nur eine ganze Menge Zeit und Ressourcen für andere Projekte, sondern trägt auch dazu bei, dass jeder von den Vorteilen der künstlichen Intelligenz profitieren kann. Und zwar außerhalb der Kontrolle der wenigen großen Technologieunternehmen, die bei der zentralisierten Entwicklung führend sind. KIP wurde von einem Team aus promovierten KI-Experten und Tech-Veteranen gegründet, die eine lange Erfahrung mit KI und maschinellem Lernen haben. Genau das unterscheidet das Team jetzt von vielen anderen Projekten, die versuchen, irgendwelche KI-Funktionen hinzuzufügen, jetzt wo die populär geworden sind, die aber nicht wirklich ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise haben. Aber genau dieses tiefe Verständnis ist das, was das KIP-Team zu mehreren Durchbrüchen geführt hat, einschließlich der Erfindung des ersten dezentralisierten Retrieval Augmented Generation Systems, das eine Möglichkeit darstellt, KI-Lösungen ganz schnell auszurollen, ohne dass sie getradet werden müssen und während sie das volle Eigentum behalten. Das Team weiß auch, was sie auf der Business-Seite machen, da sie bereits Einnahmen mit ihren Produkten generieren und eine Reihe von beeindruckenden Partnerschaften gesichert haben, einschließlich mit den Regierungen von Argentinien, Thailand und Malaysia. Der KIP-Token hat bereits jetzt schon einige schöne Zuwächse gesehen, und die haben allein in den ersten zwei Tagen nach dem Start über 10.000 Inhaber gefunden, ist allerdings immer noch relativ klein als Token, mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 50 Millionen Dollar. Ist also immer noch sehr viel Raum zum Wachsen da, wenn sich der Coin weiterentwickeln sollte. Und das ist auch ein Projekt, das ich selber halte. Als nächstes haben wir jetzt einen weiteren Coin, den ich persönlich selber halte, auf den ich super bullish bin und der erst gestern auf den Markt gekommen ist, und zwar Lingo. Ein Projekt, das dieses Jahr super gehypt worden ist und wie bereits gesagt, die sind gestern auf KuCoin, Gate, Maxi und BitMart gelauncht. Der Grund, warum Lingo so viel Aufmerksamkeit erreicht hat, ist, dass sie das erste AWA-getriebene Belohnungssystem gebaut haben. Und AWAs sind ja eine der heißesten Narrative dieses Zyklus. Wie ich bereits erwähnt habe, ist BlackRock super bullish in Bezug auf AWAs und Tokenisierung. Und wir sprechen hier von 16 Billionen Dollar bis 2030. Und jetzt kommt dann auch noch Trump ins Amt. Der plant den Weg für Tread5 freizumachen, damit die sich wirklich richtig extrem in Krypto engagieren können, was den Trend noch weiter beschleunigen könnte. Wenn wir uns jetzt mal die AWL-Kategorie der Token anschauen, können wir feststellen, dass es einige der führenden Unternehmen bereits in Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe geschafft haben. Und Lingo ist momentan viel, viel niedriger. Und trotzdem, während Lingo zwar an der Marktkapitalisierung kleiner ist, hebt es sich in vielerlei Hinsicht ab. Mit über 8 Millionen Nutzern ist es das bei weitesten beliebteste AWL-Projekt. Die zeichnen sich auch durch ihren einzigartigen Ansatz aus, AWAs zur Generierung von Renditen zu nutzen und diese Renditen dann zu nehmen, mit greifbaren Belohnungen für die Nutzer zu versehen, die in ihren Netzwerken von 3000 Partnerschaften eingelöst werden können. Ihr Modell besteht im Wesentlichen darin, dass sie die aus dem Lingo Handelsvolumen generierten Einnahmen zum Kauf von RWAs benutzen, die Erträge von diesen RWAs nehmen, um ihre Community zu belohnen und zu vergrößern. Und dann wiederum führt das zu mehr Handelsaktivität und der Kreislauf geht dann halt so weiter. Lingo hat die nötige Unterstützung, um erfolgreich zu sein, da seine Investoren ein Vermögen von über 5 Milliarden Dollar verwalten und sein Team und seine Beratererfahrung bei BlackRock, Booking und Google haben. Also ja, das Unternehmen solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr wissen möchtet, was das für ein Hype um RWAs ist oder wenn ihr einfach an diesem Ökosystem teilnehmen möchtet. Als nächstes lasst uns jetzt noch einmal einen Blick auf My Lovey Planet werfen. Ein Projekt, über das ich schon mal gesprochen habe, ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich mal einen gesponserten Beitrag für, ich glaube vor sechs Monaten, und zwar über My Lovey Planet. Aber das war auf jeden Fall eines der Projekte, wo ich wirklich die meisten Fragen auf Twitter bekommen habe. Und deshalb schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das ist, wie gesagt, damals war es noch in der Frühphase. Jetzt allerdings hat es wirklich Fahrt aufgenommen und hat einige gewalte Katalysatoren am Horizont. Im Grunde genommen kann man sich das als das Web3 Candy Crush vorstellen. Die haben ein Spiel im Casual-Stil entwickelt, ist ein Mobile-Game, aber mit ein paar kleinen Verbesserungen, die dazu beigetragen haben, dass es extrem viral ging und Hunderttausende von Anhängern gewonnen hat. Der Grund, warum die Leute das Spiel so lieben, ist, dass es ist halt so, wenn ein Spieler Ziele im Spiel erreicht, pflanzt das Team Bäume in der realen Welt. Dieses System war bis hierhin super erfolgreich und hat dazu geführt, dass über 350.000 Bäume gepflanzt worden sind. Einige andere verrückte Statistiken sind, dass das Spiel die gleichen Verweildauermetriken wie Candy Crush und Royal Match hat. Das bedeutet, dass seine Qualität in den Top 10 der Mobile Games ist und ihre Anschaffungskosten sind 20 Mal niedriger als die der Konkurrenz. Der native Token heißt MyLovelyCoin, hat den Ticker MLC und wurde Anfang des Jahres, ich glaube im Juni, eingeführt. Der massive Katalysator, den ich erwähnt habe, ist, dass MLC Anfang 2025 in das Spiel integriert werden wird, zeitgleich mit ihrer Kampagne, um eine Million Spieler zu erreichen. Der Grund, warum das so großes Potenzial hat, also dass MLC so riesig werden könnte, ist, dass das Team zunächst einmal ein erfolgreiches Spiel und eine riesige engagierte Community geschaffen hat und jetzt versuchen sie, den Token auf eine Weise zu integrieren, die reibungslos und für normale Menschen zugänglich ist. Ein paar andere wichtige Faktoren sind, dass das Projekt die Unterstützung von Ubisoft hat. Die haben den Unity for Humanity Award von Unity bekommen, also der führenden Spiele-Engine und die haben ein eigenes Videoproduktionsstudio eingerichtet, um Inhalte für ihr Spiel zu produzieren, was zu ihrem Erfolg auf TikTok, Instagram und Twitter beigetragen hat. Alles in allem kann man sie als, ja, ich würde sagen, erfolgreiches Spieleprojekt bezeichnen, das die Vorteile der Web3-Technologie nutzt und nicht als Web3-Produkt, das versucht, ein erfolgreiches Spiel zu entwickeln, um den bereits eingeführten Token zu nutzen, was sie wirklich von vielen anderen Projekten abhebt. Wenn ihr mehr über My Lovey Planet erfahren möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer mit den Links in der Videobeschreibung machen. Ist jetzt kein Projekt, das ich momentan selber halte, aber ich schaue mir die Entwicklung an und gucke, ob sich, ja, ob das abheben wird. Ist immer noch ein kleines Projekt, also könnte definitiv eine Sache sein, die man im Auge behalten sollte. Ich hoffe, dass euch das heutige Video gefallen hat und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.